Liebe Politik, wir Sauen- und Schweinehalter stehen mit dem Rücken zur Wand. Durch Rahmenbedingungen, die geschaffen worden sind, und durch viele andere Einflüsse sind die Preise ruinös wie noch nie zuvor. Wir wünschen uns, und wir müssen dringend darüber reden, dass wir eine Politik bekommen, wo wir auch in Zukunft in Deutschland noch wettbewerbsfähig sind, damit wir auch in Deutschland noch zukünftig Sauenhalter und Schweinehalter haben und nicht alles aufgegeben werden muss. An die Verbraucher möchte ich noch einen Appell richten, bitte kauft Schweinefleisch und Wurst aus deutscher Produktion, sprich aus 5D. Das bedeutet gehalten, geboren und vermarktet und geschlachtet in Deutschland, damit wir auch in Zukunft einen Markt haben, den wir bedienen können, damit wir nicht alles importieren müssen. Das bedeutet gehalten, geboren und vermarktet und geschlachtet in Deutschland, damit wir auch in Deutschland noch wettbewerbsfähig sind. Das bedeutet gehalten, geboren und vermarktet und geschlachtet in Deutschland, damit wir auch in Deutschland noch wettbewerbsfähig sind.